ich glaube das ist auch nicht das ist auch grün und nicht mehr blau das war schon immer grün ja was war denn blau weiß ich nicht wie das Buhlmann die Schublade ist nun wieder wo es eigentlich in die Kiste und kümmern mich um deinen kümmern dich mal um sein warum sein warum denn das Ding jetzt was wollte ich jetzt bauen Servo Motor da muss ich jetzt gut das 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 und das ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen und sage erstmal wieder tschüss tschüss so und da bin ich auch schon wieder hier geht es jetzt heute endlich mal weiter mit der ich würde sagen Energieerzeugung ich werde jetzt gleich mal die die Brenndingenskirchen machen damit ich mir Biodiesel hier herstelle und dann gucken wir mal wie das alles weiter läuft die anderen beiden haben auch gerade schon Parallelwelten gebaut und so was alles und nach mal gucken wie es da gleich weitergeht seid ihr gerade zu hause bei euch wir sind gerade zu hause ja noch alles alles klar ihr wolltet jetzt einmal schlafen sagtet ihr ja wir wollen jetzt erstmal schlafen dann lass mich erstmal einmal Richtung Bett kommen ja Bacca auch ist dann auch sofort losgehen hier die Schütze in meinem Bett oder das ich bin gemein das so ich bin ich bin in Prozent meinem Bett auch wieder in der Söhne aufgewacht und wir wachen immer einander auf klingt so ein bisschen merkwürdig ich bin ja auch immer noch ein bisschen merkwürdig vor und das muss das ja wohl stimmen um nämlich mein Eisenschwert mit dann kann hier noch ein bisschen Kohle hinterher geschippt werden kann hier raus ich brauche jetzt erst mal einen die am Portich ein Zeiss ablägen bronzenes Zahnradobustes Gehäuse das heißt ich brauche Bronze Prozent um 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 zu wird was ich denn da am besten so fackeln schwer denn erst nur sie mir nehmen mit rund um das nämlich mit jetzt hat man nicht auch mit spitziger bei der Monarch sind sie sind die ehrener Rollstof oder finden immer klar mit eine Spitze gereicht er muss man eiserne mitnehmen eine Gäste dupdudupdudupdudu da geht es erstmal wieder in den Keller und jetzt muss ich mir erstmal ein paar Sachen bauen aber so schnell finden wir keine Lohn da ey doch äh du hast doch eine Festung irgendwann in der Nähe also ich kenne einen der hat ein letztes Spiel gemacht der hat eine Festung hat 156 Folgen gesucht ja bis 214 und immer noch keine oder 227 und immer noch keinen ich habe da nicht eine Festung gefunden Ah, das ist mein schönes Portal. Lauf du gerade aus. Lauf du gerade aus. Oh! Wenn man einfach zur anderen Seite rausgeht, dann nämlich... Man kann auch rückwärts rausgehen. Man kann auch einfach rückwärts rausgehen. Ja, ich bin runtergefallen. Warum denn es kommt du auch runter? Wie soll ich jetzt auch runterfallen? Komm runter! Komm runter! Komm runter! Aber warum denn? Komm runter! Komm runter! Komm runter! Komm runter! Komm runter! Komm runter! Ich bin jetzt einfach runtergefallen. Du sollst mir einfach rückwärts sein! Komm runter! Da steht er, der Snuppi! Hop! Und 10 Herzen verloren, ey! So! Hm. um die so brauche eine Liederzeit jetzt Brüder ein so es ist ja fürchterlich bei der Zinn ex-abwenden ist und er will er in den Augen heißt hier Brunzen Blenden muss ich mitbauen Wusser verlocken der Staub Zinn und Erwerber auch ich dafür und das ist das du brennst aber es hat mich angegriffen und das war das Spiel rein es ist aber hier wird auch das ist ein Karst Garst Garst Nein es greift sich was an Peter Meister auch ja brennende Fledermäuse hatte ich das hatte ich das nicht Brennende Fledermäuse da kommen sie siehst du Töte sie ich bin gleich tot das Montag ist was und für was er so hellblaue Bäume da hin sagt ist was denn tue ich das weiß ich nicht so welche Richtung gehen wir jetzt die sind überall Erze alter Fall das Ding voll mit Erzen hier ja kannst du mal sehen wir müssen immer wieder nach oben zu unserem Portal hey wir laufen jetzt hier lang so hau keine Erze kaputt ey guck mal an hier das ist alles wie ein Kreuz stimmt Amen Amen so ich mach mir jetzt jedenfalls erstmal Bronze fertig das muss jetzt erstmal sein also der Nieder ist nichts für mich guck mal hier ist Kloestein es hakt es hakt es hakt ach Kloesteine gibt's da auch Kloesteine genug Kloesteine 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 leuchtet so schön was ihr nicht alles habt also jetzt muss ich erstmal warten bis die Bronze durch ist dann muss ich bauen brauche ich einfach alles das hat aber mal 8 wo willst du denn hin? 16 ja 24 Bronze brauche ich und ich habe zu wenig ähm Erz go bau nicht das Erz ab mein Freund dann hauen uns diese Viecher hier kaputt weiß ähm da habe ich noch Kupfer das können wir nicht mehr Kupfer drinnen wo bist du? Oh! ein Gast da kommt ein Gast wo bist du denn hochgegangen hier? so wie bist du denn hier gekommen? hier macht Sachen ja was auch ich baue dir eine Treppe ich baue mir grad selber eine Treppe ja und ich baue jetzt hier grad meinen Keller aus so das habt ihr jetzt davon was sind die Treppe? jajajajaj spring mal hoch da ist der Stein du sagst er sollst hoch springen der nächste sagt er so du sollst runter springen könnt ihr euch mal entscheiden? also nö ich merke das schon dennis mach Banane mach Banane mach Banane was der immer mit seiner Banane hatte das das merkt man schon das verstehe auch nicht und seiner Sprechweise das dreht er wieder mach Banane das dreht er uns mal Feuer aus gas so jetzt habe ich hier noch mehr Eisen gerade das kann auch gleich in den Pulverizer du der kommt zu dir da kommt der oh er sieht mich er macht Geräusche ja wie ich mache das hier wie wie komm schnell hoch hier sonst so ich brauche mehr und zwar mehr von der und zwar mehr von der weil ich habe klar doch oh so kriegt man auch nur die Erze siehste kannst ja doch was ja lass dir einfach vor dir kommt erschießt nur die jährige du brennst so und damit ist der schon mal hier im Gänge hier kann ich noch einen Koks rein rein packen und dann oder jetzt aber das komm mal ein Stück weg erstmal sonst kaut er gar nicht ab ihr seid immer laut also das ist echt Wahnsinn und das Problem hier oben drüben ist das der Brutal wenn das weg ist haben wir ein Problem habt den Feuerzeug mitgenommen nein natürlich nicht warum nehmt ihr kein Feuerzeug mit seit ihr lieben ein brennst du wenigstens Jörg ist gleich ist auch für alle hier wie hier darf jeder mal brennen und ich beschießt dann er brennt das ist gut ich habe heute die Laden abgekriegt also ich komme nicht zu euch und Hörner durch nur so ja und dann pass auf den Gramm und sich hier aus der Hülle hier ist überall scheiße aber gerade glaube ich nicht wo bist du denn das ich bin wo da ob mich hat Reise auch ne ich denke ich durch das Zeug denn kommen die anderen vier greifen uns an das ist die Erze was das war das denn das ist die wenn du dagegen haust hast dagegen gehauen ähm da war es ja im Dach der Hacks durch die Erze gleich kriegen wir engen so ich brauche jetzt als erstes mal wieder etwas Maschinenframe Gedöns 4 Eichen 4 Glas 1 Gold ist kein Problem jetzt versuche ich die anderen mal zu übertönen damit sie nicht mehr zu Wort kommen ich hoffe das gelingt mir ich glaube aber nicht weil die beiden genau so ne Labertaschen sind wie ich und wenn ich nicht gleich atme dann kriege ich keine Luft mehr so ach Ruhe kann das sein dass die Zombie Pigmen hier kein Interesse mehr dran haben wenn man die RZ klaut äh teilweise ja teilweise nein das kommt immer ganz drauf an es gibt welche die sind völlig friedlich es gibt welche die sie werden nur nur wild wenn man denen was klaut und dann gibt es welche die sind immer wild dann die machen nicht so komischen Geräusche wie bei dir muss ich sagen ja das mag sein aber dann wäre da genau vor mir gerade auf welche gekommen die nicht so wild sind so Inva ich hatte doch hier irgendwo Inva blend Inva 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 erster erster bei gestern wo soll der Bruder bei hinten da ist immer ein lief muss doch ich habe irgendwo ich immer in war so was braucht er damit umgekehrt ist alle gehen jetzt in den Mann wurde im Fussi und die geniode lang Kupfer Maschinen Frähen einmal Emo wir brauchen Emo Oman Emo ja du kannst es besser ich weiß wo ist er denn gelaufen der macht mich hier wahnsinnig bei Schiffsklöscher das Köln holt das Köln total so leute waren sie nicht machen das hat er echt drauf ich will hier raus ich will ja auch ein Siegkant in der ersten Luft voll ich muss mal wieder etwas zu ich habe es drin war da kommt holz spring mal hier und der ich hätte es nicht tun soll was höchst du auch auf ihn also meine Eichkoll gerade das ist das Netterportal der oben das klasse ne das ist die Köln keine Ahnung Lauf Forrest Rund Forrest so das ist was brauche jetzt jetzt brauche erst mal den Koksofen hier Romokko kommt wie hier jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr vor uns hin zu kochen der ist im Gange alles klar denn es hier da was wird was sagte geschafft ist er jetzt tot oder hat er sich jetzt endlich tot gekriegt verdammt wenn er die ganze Runde der Steine mitnehmen hier das ist aus dem Erz ein Emo in der Steine auch wenn er immer nicht ist es nicht nicht ich mache mich wenn ich verarsche sei sie mich nicht sie mich nicht ist schon scheiße wenn zwei Leute gleich heißen also der Tür und der Teeröfen ist voll der Teeröfen was für ein Teil der Pistolelef zu gehen das ist ein großer Weg das hast du es nicht nicht nur noch was es geschafft nur noch nicht weg so ist man mit dem Reiser hier bald mal vollgelaufen verdammte Axt Ende ist die Bistel und sich vor das macht nix um wo ist mein Sand wo ist mein Glas wo ich habe jetzt die 15 mal Klöchsteine mitgenommen Klöchsteine 5. Klosteine bin unsichtbar sollte ja du bist wirklich so ich brauche jetzt erst noch mal einen Trichter ja ich schläft denn nicht unten eine Truhe hält mich jetzt mal ab mach mal meld ich mal ab er kann mich nicht sehen nein ist vielleicht auch gar nicht so schlecht kann ich ihn von hinten eine Verpackung und das ist nicht äh dann bis später bis später Peter ja bis später ja so das muss da alles rein nun ist er weg guck mal so schnell wird man ihn los endlich bin ich allein nein alleine bist du nie wieder Har Har Eie mini mini so jetzt muss ich mir erst mal meine Bronzebahn schnappen jetzt muss ich wieder acht Sachen gleichzeitig bauen auch ganz viel Glas wenn ich jetzt endlich mal aus dem Knick komme hier die Zuschauer die motzen bestimmt schon rum in den YouTube Kommentare dass ich hier nicht aus dem Knick komme ähm das Ding habe ich das Ding habe ich die können hier erst mal rein den packe ich nach hier unten Inductions Melder ich brauche einen Aimor wie er immer so schön sagt ein Aimor oder du gehst daheim mit der Aimor Inva Ingots sind unterwegs soweit ich weiß na die hatte ich hier drinnen äh das habe ich das habe ich das jetzt muss ich nur noch zusagen dass der Kupfer fertig wird hier dass dem Kupfer fertig wird ah hier da kommt er endlich Kupfer kommt und dem alles in den Pulverreiser reinschmeißt du hier ne das geht ja auf keine Kuhhaut was verschmeißt du denn alles rein äh alles 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 ähm Kupfer ist Iron das ist doch schön ah den kann ich ja jetzt den mach ich ja was anderes wenn er weg ist so und ich habe einen Inductions Melder hab ich das ist so Crankin Crankin Inductions Melder Crankin Haus und Crankin Wagen Crankin Wagen im 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 doing im das m